Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Fluri. Ich zeige euch heute, wie ihr dieses gesunde, glutenfreie Brot zubereitet. Das Brot ist ohne Mehl, mit Haferflocken, viel pflanzlichen Eiweiß und Ballaststoffen. Ein rundum gesundes Brot und ein Anti-Blähbauch-Rezept. Ich zeige euch nun, wie das geht. Für das Brot könnt ihr alle Zutaten in einer Schüssel mischen. Ich habe aber lieber gerne, dass meine Haferflocken noch ein bisschen feiner zerkleinert sind. Darum gebe ich alle Zutaten in meinen Mixer und zerkleinere alles im Mixer. Die Haferflocken gebe ich in den Mixer. Dazu gebe ich Sonnenblumenkerne. Wenn ihr das Ganze nicht zerkleinert, habt ihr ein bisschen mehr ein körniges Brot. Das ist auch sehr fein. Dazu gebe ich Nüsse. Da könnt ihr beliebige Nüsse nehmen, wie zum Beispiel Baumnüsse oder ich nehme heute Cashewnüsse. Die kommen auch in den Mixer. Sonst empfehle ich euch, die Nüsse einfach ein bisschen fein zu hacken. Eine super Quelle für Ballaststoffe und ungesättigte Fettsäuren sind Leinsamen. Darum gebe ich geschrotete Leinsamen dazu, sowie Chiasamen und Flohsamenschalen. Flohsamenschalen sind ideal für euch. Die sind gut verträglich und enthalten sehr viele lösliche Ballaststoffe. Die quellen im Darm auf und helfen euch, eure Verdauung zu regulieren. Die Flohsamenschalen gebe ich dazu. Was im Brot auch nicht fehlen darf, ist etwas Salz. Ich verwende mehr Salz. Alle Zutaten zerkleinere ich im Mixer. Wie gesagt, das ist ein optionaler Schritt. Wenn ihr keine Küchenmaschine habt, könnt ihr die Nüsse auch hacken und habt so ein bisschen ein körnigeres Brot. So ist das schon fertig zerkleinert. Die trockenen Zutaten gebe ich in eine Schüssel. Die trockenen Zutaten gebe ich in die flüssigen Zutaten. Ich habe lauwarmes Wasser, Ahornsirup und Kokosöl. Das Kokosöl sollte flüssig sein, darum gebe ich es jetzt noch ins lauwarme Wasser. So löst es sich automatisch auf. Das Ahornsirup gebe ich auch zum lauwarmen Wasser. Die flüssigen Zutaten gebe ich zu den trockenen und mixe das Ganze für circa vier Minuten. So sieht mein Teig nach dem Kneten aus. Ich gebe ihn so in eine Kastenform. Ich habe eine rechteckige Kastenform mit Backpapier ausgelegt. Da hinein gebe ich die Masse. Ich drücke das Ganze gut an und verteile den Teig. Wenn ihr den Teig in der Form verteilt habt, deckt das Ganze mit einem Küchentuch ab und lasst euer Brot so bei Raumtemperatur für mindestens drei, wenn nicht sogar sechs Stunden quälen. Ihr könnt das Ganze auch gut vorbereiten und über Nacht ruhen lassen. Mein Brot hat nun für drei Stunden quälen können. Ich setze es so auf das Backblech, bestreiche die Oberfläche meines Brots noch mit Wasser. So backe ich das Brot im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad auf der mittleren Schiene für 30 Minuten. Nach 30 Minuten wird das Brot gedreht und dann noch weitergebacken. Ich habe mein Brot nun nach 30 Minuten aus dem Backofen genommen. Das Ganze stürze ich. Die Oberfläche bestreiche ich wieder mit Wasser. So kommt das Brot für weitere 30 bis 40 Minuten in den Backofen. Bei mir duftet es jetzt herrlich vom frisch gebackenen Brot. Ich zeige euch, wie das Brot von innen aussieht. Das ist ein super leckeres Brot. Das schmeckt süß und herzhaft belegt. Total lecker. Das ist ein ideales Frühstück und Snack Brot. Ihr werdet das Ganze lieben. Das Rezept mit allen Mengenangaben zum Nachlesen und die Nährwerte findet ihr auf meinem Blog www.missisfluori.com. Ich habe euch das Rezept verlinkt unten in der Infobox. Probiert das gesunde glutenfreie Brot unbedingt einmal aus. Ihr werdet es lieben. Es hält super lange, ist gesund und liefert viele gesunde Ballaststoffe. Wenn ihr das Brot einmal ausprobiert, schickt mir unbedingt eure Bilder mit dem Hashtag msisfluori auf Instagram oder auch auf Facebook. Ich freue mich immer, wenn ich eure Kreationen sehe und teile die regelmäßig in meiner Instagram Story.